Denn er ist sich weg. Oh, Hawke Action! Hawke Hawke! Du bist so ein Noob, Tom! Unglaublich! Das war der Hawke-Express! Der Hawke-Express. Ob du was wie das Hawke genannt ist? Ich hab's schon tapiert. Das hat einer zugemacht. Beste Waffe, die Giegel. War ja eigentlich nicht klar bei dir, oder? Na klar! Dann schaust du gerade meine Stats, du Sackeras. Ein bisschen 1680 Kills, ey. Mit der Hawke hast du aber auch ganz schön viel gespielt, 800 Kills, fauber. Ha ha ha! Gut gemacht, Curla. Hab ich dich ausgelöst, oder was du das? Was mit Claymore? Ja. Äh, ich war's nicht. Gut, dann hab ich's dir ausgelöst und du bist dadurch gestorben. Danke, Tobi. Gern geschehen, my friend. Freut mich von dir. Hast du dich einsam von dem Luftwaffe abgeben lassen? Bist du scheiße. Rumpel, kumpel, gemessert. Kein Problem, ey. Bei dem haben wir auch gekippt, ey. Tobi! Schau, was wir nicht hatten? Stopp. Du kannst die Kälte, meine Kälte, meine Kälte. Ich hab' Ahnung für dich. Ja! Muss ich... ja genau hätte ich den getroffen hätte ich einen kill mehr gehabt im ernst ja ich wollte erst sagen dass sich alle flankiert sind und von hinten hoch genommen aber es wäre so unrealistisch gewesen dass mir das gelingt barney mit drei leben ich werde deine mutter finde ich werde ihr sagen zu böse eine 50g mit dem endzug erneut was geht los aber es ist auch so dass es ein gewissen aber hauptsache mit 280g mit seinem komischen messer da rpg 500g dafür gibt es nicht mit rpg oder was wenn ich halt fahrzeuge ausschalten ist dann auch meistens rpg-dommelkirchen zum panzer rpg hat mich gefällt du bist schlecht du bist der beste war nicht ich du bist schlecht da kommt schon ich bin mir wieder schön wie die soldaten rufen hey danke ich schulde dir was und du weißt einfach zu geben dem nie mehr was zu holen wir haben die kontrolle über einsatz tier bravo verloren ich bin noch schlecht du stirbst nicht noch nicht jetzt du bist ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch nicht Ich renne hier natürlich rein, nur um die Flügel rein. Nein! Dammit! Was ist passiert? Wieso haben die A und B? Das sind unsere Spawnflaggen. Weil sie uns flankiert haben? Könnte es sein, Tobi? Nein. Herhören, Einsatzstil Alpha wurde neutralisiert. Hallo! Ich weiß nicht, wie es sagt, geht es einfach. Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanitäter. Chef genau so. Feindlicher Soldat! Östlich von dir! Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Delta verloren. Hey, ich renne jetzt in den Hauptzwölf rein. Runkel-Kunkel. Wir haben Einsatzziel Delta erobert. Kameras gezockt! Okay, los! Okay, los! Ich hab Welle getötet. Wer? Welle! Gut gemacht Kurt, ich hab eine Claimerschaft, um nicht zu sterben. Gut gemacht, Tobi. Zum Unterzeit. Wieso haben die Idee, das ist zu groß, das wisst ihr ja nicht, das ist zu groß. Gut gemacht, Tobi. Er hat einfach noch 14, weil er hässlich ist und nach Scheiße stinkt. Ich habe keine Munition mehr. Wie, hat er dir gespawnt? Ja. Ich stand an einem ziemlich gefährlichen Ort. Lass mich raten, du wird von einer Granate gekillt. Ich bin wohl erschossen, das kann ich nicht mehr kennen. Das macht die Farbe viel besser, ne? Ich habe Smoke geworfen, du kannst rennen. Ich will nicht rennen. Der liegt neben dem Smoke. Oh oh. Jetzt hatte ich keine Munition mehr. Das sind ziemlich viele, muss ich sagen. Aus neutraler Sicht. Ja, nachdem ich bis jetzt immer noch nicht reinkomme, ich glaube ich werde zum Auflagen gehen. Macht irgendwie keinen Sinn heute. Alles gleich. Vielleicht dann morgen halt, ne? Also, macht's gut, ne? Tschau. Bis dann. Tschau. 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 Flankiert doch mal einer. Sauereie. Ernsthaft flankiert? Guck mal, wo ist er denn hier? China Position overload etwas? Oder was? Das war ein Headshot, Alter. 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 Das war ein Headshot. Das war ein Headshot, Alter. 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 Das ist ein Headshot, angeglättest. Zhao und Heidshot. B definition dieses Headshot. Clary Clary